Hey Leute, cool dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem kleinen 25.000 Abonnenten Special und ich bin überhaupt nicht kreativ geworden und hab mir einfach mal das hier einfallen lassen. Also ein Haus, wo die 25 mit integriert ist und ich fand bei der 25 kann man das machen, weil das sieht eigentlich sogar ganz schick aus. Aber wie gesagt, es ist nichts groß kreatives. Liegt zum einen auch daran, weil mein PC ja immer noch nicht funktioniert und ich mach das jetzt gerade auf dem PC von meinem Bro und genau, es gibt ein kleines Haus und wir gucken uns das einfach mal an. So sieht das von vorne aus. Dann wenn wir hier einmal außen rum fliegen, so auf die Rückseite, dann haben wir hier so ein überschwebendes Element. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hier hat man so ein paar große Glasecken und dann sind wir auch schon wieder vorne angekommen. Von hier sieht das Ganze so aus, dass man hier so einen schicken Raum hat. Hier hab ich natürlich auch nochmal die 25 mit in den Boden reingenommen. Also an dieser Stelle echt nochmal vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von den 25.000. Das ist echt cool, dass es wächst, dass es weiter geht und die 20k, das ist noch, als wäre es gestern gewesen. Also echt, das geht hier voran und deshalb hab ich hier auch so einen schicken Kuchen hingestellt zum Anlass dafür, weil das einfach eine Feier ist. Genau, so sieht das Ganze aus, Haus von innen aus. Das ist einmal das Erdgeschoss und dann hab ich hier so eine stylische Treppe nach oben gemacht, wo man da so springen muss und so sieht es dann aus im ersten Stockwerk. Und das Ganze, das wollen wir jetzt einmal nachbauen und mal gucken, vielleicht bringe ich demnächst noch irgendwann mal kreativere Videos, also wo ich nicht nur ein Haus baue, sondern irgendwie was anderes. Und genau, dann würde ich sagen, wir fangen an, das Ganze nachzubauen. Die Materialien, die wir brauchen, sind einmal Akazienholz, wir brauchen Quarz, rissige Ziegelsteine, wir brauchen Türen, irgendwelche, wir brauchen Glasscheiben, ich habe hellblaue Glasscheiben genommen, Quarzstufen, weißes Glas werden, wir brauchen Akazienholzstufen und Bruchsteinmauern. Und genau, ich würde sagen, wir fangen an mit den rissigen Steinziegeln, genau, ich wurde darauf hingewiesen, die heißen ja Steinziegel und nicht Ziegelsteine, ich sage irgendwie immer Ziegelsteine, warum auch immer und ich werde es wahrscheinlich auch weiterhin tun. Genau, und damit fangen wir an. Und zwar setzen wir drei Stück hier einmal hin und dann zwei Blöcke entfernt, also mit zwei Blöcken Abstand nochmal drei Stück und dann kommt eine Tür genau hier in die Mitte rein. Und diese beiden Elemente müssen wir jetzt einmal acht Blöcke hochziehen. Also einen haben wir ja schon und dann gehen wir weiter hoch, das heißt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier auch einfach mal auf die gleiche Höhe, dann verbinden wir das hier und das machen wir mit allen drei Blöcken hier. Also ziehen das hoch auf acht und dann verbinden wir das oben, dass wir hier so einen großen Bogen haben. Über der Tür verbinden wir dann auch einmal, also machen so eine, so eine Querbalken da drüber und davor dann auch nochmal. Und dann können wir uns schon Glasscheiben nehmen und die hier oben einmal einsetzen. So, als nächstes nehmen wir dann Akazienholzbretter und dann gehen wir auf die linke Seite und in die Mitte, also auf dem mittleren Block setzen wir einen hin, beziehungsweise fünf Stück nach links weg, also zwei, drei, vier, fünf. Auf der rechten Seite genau das gleiche von der Mitte, aber fünf nach rechts dieses Mal, also ein, zwei, drei, vier, fünf. Und dann gehen wir einmal hier hin und ganz außen gehen wir drei hoch, drei nach rechts, drei hoch und drei nach links. Und dann seht ihr schon diese zwei und auf der Seite Spiegelverkehr das gleiche, also drei hoch, drei nach links, drei hoch und drei nach rechts. Und dann haben wir hier diese fünf und damit haben wir die 25 schon mal. Dann als nächstes nehmen wir uns Quarzblöcke, gehen auf die Innenseite, ich fange mal auf der linken Seite an von innen und setzen hier Quarzblock ein, also bis hier hin, vier Stück hin. Nehmen dann Akazienholzbretter und ziehen hier noch eine Linie hoch und hier wieder Quarzblöcke. Und zwar bis, ganz nach rechts und ziehen das dann sogar hoch, bis auf diese Höhe, also bis das auf der Höhe von diesem Holz ist. Und auf dieser Seite genau das gleiche, also hier vier Stück hin, dann außen nochmal Akazienholz, dann hier oben vier Stück, bis sich das hier mit verbindet. Und dann nach oben weg, bis das auf diese Höhe hiervon ist. Und dann können wir hier einmal von außen wieder drauf gucken und hier auf diese Quarzblöcke setzen wir dann Glas und hier oben das gleiche, dass wir hier schon mal dieses Fenster haben. So, und falls sich die Soundqualität so ein bisschen geändert hat, ich habe jetzt mein altes Headset ausgegraben, was ich hier noch gefunden habe. Und zudem bin ich auch noch erkältet, also da, sorry, falls das nicht ganz optimal ist, aber ich hoffe, dass das Haus einfach cool ist und darum geht es hier eigentlich. Also da nochmal ein kleines Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter auf der rechten Seite, von vorne aus gesehen. Und dort müssen wir einmal von hier aus, wir gehen also hier auf dieses große Holzelement, was wir haben, auf die oberste Ebene davon und müssen zwölf insgesamt nach hinten wegziehen, von der Ecke an. Also zwei Stück haben wir ja schon, eins, zwei und es müssen zwölf sein. Das heißt, wir machen drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und das gleiche hier oben auch. Also einen haben wir hier, dann haben wir jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Wir sehen, das ist auf der gleichen Weite, also das passt dann auf jeden Fall. Dann gehen wir hier auf diesen mittleren, auf ganz rechts hin, zählen eins, zwei, drei ab und auf dem vierten von unten setzen wir Holz dran und verbinden das einmal mit der Erde, also dass es so aussieht. Dann nehmen wir uns Quarz, gehen hier nach links hin und setzen es nicht direkt hier an das Holz, sondern ein nach innen. Hier setzen wir drei Quarzblöcke hin, ziehen das nach rechts bis hier und verbinden das dann mit dem Boden und dann ersetzen wir hier die Erde einmal mit Quarz und setzen Glas hier ein. So, dann als nächstes brauchen wir wieder Akazienholzbretter, gehen dann hier links hin und zählen ab, also ein, zwei, drei Blöcke und auf dem vierten kommen zwei Holzbretter hin, noch einmal zwei Holz, noch einmal zwei Holz und dann lassen wir das erstmal so wie es ist und gehen auf die andere Seite, beziehungsweise wir können hier schon mal Glas einsetzen, hier bei diesem Holz und dann gehen wir auf die andere Seite, also auf die linke Seite von vorne aus gesehen und dort müssen wir jetzt wieder ein bisschen Akazienholz nehmen, gehen ganz nach oben hin hier und müssen insgesamt fünf Blöcke nach links, also mit denen, die wir schon haben, das heißt vier weitere, die hier dran kommen, also eins, zwei, drei, vier, fünf sind das insgesamt jetzt und ziehen das dann runter bis auf den Boden, verbinden das hier unten einmal, setzen dann hier auf die rechte Seite hier ein Glas ein und da drüber ein Glas, nehmen dann wieder Akazienholz und umschließen das so einmal und setzen hier auf diese zwei Blöcke hier nochmal Holz ein und den Rest füllen wir dann mit Glasscheiben, sodass das Ganze jetzt so aussieht, dann nehmen wir uns Quarzblöcke, gehen hier hin an diese Kante und setzen ein nach innen versetzt hier drei Blöcke Quarz hin, ziehen das rechts einmal so hoch bis auf die Höhe von diesem Holz, hier auf der Seite genau das gleiche und verbinden das hier, und setzen Glas ein, das sind jetzt fünf Glasscheiben, die wir hier eingesetzt haben, also insgesamt auf eine Höhe von sieben ist das Ganze, dann nehmen wir uns wieder Holzbretter und gehen wieder einen nach außen versetzt und ziehen erstmal eine Linie bis ganz nach oben, also sieben Blöcke hoch, gehen dann oben drei nach links weg, lassen zwei Blöcke frei, gehen wieder drei nach links weg und lassen wieder zwei Blöcke frei, das heißt ganz auf dem Boden gehen wir wieder drei nach links weg und dann nehmen wir uns Akazienholzstufen und von unten aus setzen wir die nicht auf diesen Block, sondern auf den oberen Block, aber auf die untere Hälfte, also hier eine Stufe hin, dann noch eine und noch eine, also ziehen das nach links auch weg und dann sieht das Ganze erstmal so aus und damit sind wir schon auf der Rückseite und da würde ich sagen, machen wir auch auf der rechten Seite jetzt hier direkt weiter, wir müssen nämlich wieder ein bisschen Holz rausziehen, von hier aus fünf Blöcke nach links, also den zählen wir wieder mit, das heißt einen haben wir schon, dann haben wir zwei, drei, vier und fünf, hier das gleiche, zwei, drei, vier und fünf, ganz unten auch das gleiche, zwei, drei, vier und fünf, also nichts kompliziertes und hier außen verbinden wir das dann alles einmal, also so und dann nehmen wir uns die Akazienholzstufe und ziehen das auch einmal hier dran, gehen auf die Innenseite, nehmen uns Quarzblöcke und ziehen hier Quarzblöcke bis in diese Ecke und rechts bis hier hin und hier auf dieser Ebene genau das gleiche, also Quarz bis hier hin, verbinden das hier einmal und hier einmal und setzen dann Glas ein in dieses Quarz von außen, sieht das dann so aus und hier oben machen wir das gleiche, aber nicht auf dem Quarz, sondern auf dem Holz und setzen hier so ein großes Eckfenster ein, so sieht das Ganze dann jetzt aus. Dann als nächstes können wir mit den rissigen Ziegelsteinen weitermachen und zwar gehen wir jetzt hier vorne hin und wir haben ja schon drei Stück in einer Linie und das müssen insgesamt 15 sein, das heißt wir zählen einfach weiter von drei, also vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn und das gleiche hier auf der Ecke auch, drei haben wir schon, dann haben wir vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und fünfzehn. Das Ganze ziehen wir jetzt einmal runter noch ein bisschen und zwar vier Blöcke doch, also eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, verbinden das dann hier einmal und oben auch, setzen hier noch eine Verbindung ein und hier jetzt von der Innenseite aus müssen wir noch einmal so einen ganzen Bogen hier drum setzen, dass das Ganze so aussieht und dann hier sogar unten noch eine Verbindung, also hier nochmal vier Blöcke dran und von außen können wir dann hingehen und hier schon mal Glas einsetzen. Dann nehmen wir uns Quarzblöcke, gehen hier einmal drunter und dann seht ihr hier diese Quarzlidie, da setzen wir drei Stück hin, gehen drei nach links weg und verbinden das mit dem Boden, also dass wir so einen Bogen haben und dort kommt eine Tür rein, also nichts Kompliziertes. Dann als nächstes brauchen wir wieder Holz und setzen das nicht links neben die Wand, sondern ein nach vorne versetzt, also parallel dazu und ziehen das erstmal bis ganz nach oben, das heißt bis hier hin, also auf die Höhe 7, verbinden das dann einmal nach links und von hier verbinden wir das auch einmal hier mit und dann können wir schon mal hingehen und Glas erstmal hier einsetzen, bis das sich hier mit verbindet und hier oben das gleiche, dass wir hier so ein großes Glasfenster haben, so ein Glaseck und hier drunter machen wir das so, dass wir diese Erde ersetzen mit Holz, Glas da drauf und hier oben auch, also das ist so ein großes Glasfenster, was sich bis zum Boden streckt, dass man hier so eine große Glasecke hat und damit sind wir schon fast fertig, jetzt nehmen wir uns noch Bruchsteinmauern und setzen das hier in die Ecke dran bis auf den Boden und hier einmal das gleiche, damit man solche Stützen hat, damit das Ganze so ein bisschen realistischer noch aussieht und Style hat das sogar auch noch, finde ich und dann sind wir schon bei dem Dach und dafür nehmen wir uns Quarzstufen und setzen die einmal, also wir müssen eigentlich komplett diese Ebene einfach voll machen, also überall Quarzstufen einfach drauf, so, auf der anderen Seite genau das gleiche, also hier einfach Quarzstufen drauf, so, das soll es gewesen sein und dann hier oben seht ihr diese große Lücke, die wir hier noch haben, dann, da gehen wir einmal ganz nach links, reißen hier diese zwei Blöcke raus, dann nehmen wir uns Quarzstufen, setzen die hier oben an die obere Kante dran, dann weißes Glas, dann wieder Quarzstufen, dann wieder weißes Glas und das die ganze Zeit abwechselnd, Glas und Stufen und Glas und ganz außen müssen jetzt wieder Stufen sein und dann sieht das Ganze von oben aus so aus und von unten, wenn wir da reinschauen, sieht das Ganze so aus, also so ein stylisches Fenster-Dach-Abwechslung, also das finde ich eigentlich richtig nice und ansonsten brauchen wir eigentlich nur noch die Zwischenetage und die machen wir zum Großteil aus Quarzstufen und zwar, ich weiß nicht, wir fangen jetzt einfach mal hier an, setzen Quarzstufen hier hin, so, hier vor erstmal auch, hier müssen wir nur gucken, an diesen Stellen hier kommen ganze Quarzblöcke drauf, sonst sieht das von unten aus komisch aus, also da ganze Quarzblöcke, ansonsten hier wieder überall Stufen und hier auch wieder Blöcke drauf, also hier, so, und dann wieder Stufen, so, dauert jetzt ein bisschen, aber es ist ja ganz easy, ich glaube es wird gerade dunkel, ne, genau, so, hier überall Quarzstufen und hier an dieser Stelle kann man sogar Treppen nehmen, also Quarztreppen, da sind sie und die hier so dran setzen, dann kann man hier so ein bisschen runter gehen und dann nutzt man dieses ganze Fenster aus, dann habe ich diese drei hier abgerissen, bei diesem Fenster und habe, ihr habt das ja vorhin gesehen, Stufen genommen und die habe ich dann einfach hier eine dran gesetzt, hier eine am Fenster und hier oben eine Stufe und dann kann man hier so ganz gemütlich hochspringen und hat so eine kleine, stylische Treppe, ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr wollt, eine richtige Treppe hinmachen, also das ist euch überlassen, den Boden könnt ihr dann noch ändern, so wie ihr wollt, aber das zeige ich euch jetzt nicht, weil das ist ja kein Hexenwerk, das kriegt ihr ja alle selber hin, dann könnt ihr euch auch selber eine Farbe aussuchen und ansonsten, ich habe bei mir noch so ein bisschen Solarplatten hier drauf gemacht, macht, also so, das könnt ihr machen, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht, also es ist keine Pflicht, ohne ist es eigentlich auch ganz okay, je nachdem wie ihr wollt, könnt ihr das gerne machen, ansonsten war es das eigentlich schon mit dem Video, ihr seht das hier, wie ich das ein bisschen eingerichtet habe, aber macht das so wie ihr wollt, ihr könnt hier auch noch Wände reinziehen und Zimmer und sonst was, ich würde einfach mal sagen, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Dankeschön auch nochmal für 25.000 Abonnenten, ich mach mal die Tür zu, das sieht ein bisschen besser aus, genau, für 25.000 Abonnenten, das ist echt mega cool, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst einfach ein Like da, das wäre richtig cool, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, bis dann, haut rein meine Freunde und ciao, ciao.